Hey, du willst alles in GTA 5 besitzen? Dann hole dir auf cynicsmods.com unsere GTA 5 Pakete und werde mit unserer Hilfe einer der reichsten Spieler. Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Selle-Livellisten? Willkommen zur Auslosung des Safe Wizards Gewinnspiel. Ich habe ja gesagt, am 25.04., also Sonntag, der 25.04., wird der Gewinner ausgelost und ihr bekommt dann in dem Sinn einen Slot für Safe Wizards. Wir reden jetzt nicht lange um den heißen Brei. Ich kopiere mal den Link für den Random Comment Picker. Pack den Link mal rein. Und ich wollte ja von euch, dass ihr Danke für das Gewinnspiel in den Kommentar schreibt. Bevor ich aber jetzt weitermache, es kann ja nur einer gewinnen. An alle anderen, die nicht gewinnen, keine Sorge, ich werde dieses Gewinnspiel öfters machen. Ich habe mit meiner Freundin zusammen zweimal Safe Wizard. Das heißt, wir hätten insgesamt sechs Slots zur Verfügung. Deswegen, ne, nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir bekommen das auf jeden Fall hin. Für alle anderen, natürlich gibt es hier noch ein Unlock All Account Giveaway für COD Cold War. Dort würde ich euch mal empfehlen, auch dieses Video anzuschauen, falls ihr ein Unlock All Account haben möchtet. So, wir holen jetzt erst einmal den Gewinner. Gewinner. Und zwar holen wir jetzt erst einmal die Kommentare. Warten mal, wie viele es sind. Ups, da habe ich was vergessen. So, jetzt. Nicht Danke für Gewinnspiel, Danke für das Gewinnspiel. Es sind insgesamt 586 Kommentare. Alles klar. Und jetzt gucken wir, wer gewonnen hat. Und zwar ist der Gewinner K-VV mit dem Kommentar. Ich verstehe die Leute nicht, die dich haten. Ich liebe deine Videos und kenne dich schon seit zwei Jahren. Aber ich würde gerne die Outfits safe haben. Danke für das Gewinnspiel. Alles klar. K-E-E K-E-E Unterstrich V-V Du hast gewonnen. Ich bitte dich jetzt, mir auf Instagram dein Safe zu schicken mit dem Outfit. Habe ja dazu ein Video hochgeladen, wie du das am besten machen kannst. Du schickst mir einfach das Outfit dann zu. Und ich werde dir dann ganz easy das dann auf deinen Account machen. Da werden wir uns aber dann auf Insta dann nochmal kurz schließen. Und alle anderen, die jetzt meinen, hier irgendwie ein Fake Account zu machen, wie es schon mal der Fall war, ich werde ein Fake Check machen. Deswegen Fakes keine Chance. Deswegen hab Geduld, ich werde so ein Gewinnspiel nochmal machen. Und K-E-E-V-V bitte melde dich bei mir auf Instagram innerhalb in den nächsten drei tage. An der Stelle bin ich raus. Ah ja, ich werde den Gewinner selbstverständlich abonnieren. Das werde ich jetzt hier live im Video machen. Der wird von mir jetzt abonniert und ich werde von ihm dann etwas verlangen, was ich dann als Fake Check überprüfen kann. An der Stelle bin ich raus. Hoff, euch hat das Video gefallen und K-E-E-V-V bitte melde dich bei mir. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und tschau tschau.